Beziehungsweise sind hier schön voll, um Ihnen mal umzuklappen. Vielen Dank! Hier ist es schön. Ja, da geht es aber scheiße. Achtung! Flughafen 50 Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis das Flugzeug seine endgültige Partposition erreicht hat und die Anschlusszeichen über den Erloschen sind. Kapitän Christian Hagen und seine heutige Besatzung möchten sich nun nach und von Intersky hier in Tegel von Ihnen verabschieden. Wir danken Ihnen, dass Sie mit uns gekämpft haben für diesen Erhalt des Flughafentempelhofs und wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft. Wir hoffen, Sie schon recht bald wieder vielleicht für uns an Bord begrüßen zu dürfen. Wir fliegen hier von Tegel ab sofort immer wieder die Strecken Graz und Friedrichshafen, Bodensee und Steiermark. Wir danken Ihnen und sagen auf Wiedersehen und bye bye. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020